Ja, hallo, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil meines Buches, Du und Deine Stimme. Ich erzähle ein wenig über mich in Bezug auf Stimme und Körperhaltung etc. Das nächste Kapitel heißt, was ist meine Wahrheit, vom Mut, ich selbst zu sein. In diesem Kapitel möchte ich Dir zeigen, was einmal gefasste Entscheidungen im Leben kreieren können und dass auch unsere Wahlen nicht immer unserem eigenen Sein entsprechen. So stellte ich mir Fragen wie, wer bin ich, wer war ich, wer werde ich in Zukunft sein, Wo überall lebe ich das Leben von anderen? Wie finde ich heraus, wer ich wirklich bin? Gibt es mich überhaupt? Als ich das erste Mal davon gehört hatte, dass der Mensch zu 98% ungefähr das Leben anderer lebt, war das ein, gelinde ausgedrückt, ziemlicher Schrecken für mich. Zum Glück hatte ich bis dahin schon einiges erlebt, sodass mich diese Erkenntnis auch nicht mehr aus der Bahn bringen konnte. In unseren normalen Entwicklungen übernehmen wir entweder die Verhaltensweisen unserer Eltern und Erziehungsberechtigten oder wir machen genau das Gegenteil dessen, wenn sie uns nicht zusagen. In beiden Fällen sind wir nicht frei. Wir müssen uns unsere Verhaltensmuster rechtfertigen und das kostet viel Energie. Energetisch sind wir mit beiden Mustern verbunden, mit dem, was wir ablehnen und dem, was wir annehmen und was wir stattdessen tun. Ein kleines Beispiel. Meine Mutter war oft unzufrieden, nur Hausfrau und Mutter zu sein. Mir gegenüber war sie lieb und fürsorglich, aber sie war mit ihrem Leben nicht ausgefüllt. Eine Ausbildung konnte sie wegen ihrer damaligen Lebensumstände nicht beginnen. Durch die Kriegserlebnisse war sie mit 13 Jahren vollweise und auf sich allein gestellt. Ihre Möglichkeiten, Geld zu verdienen, waren sehr eingeschränkt und es blieb keine Zeit für weitere Schul- oder berufliche Ausbildungen. So war sie mit der Hausarbeit nicht ausgelastet und immer wieder unglücklich. Und was bedeutete das für meine Lebenswahl? Ich werde nie nur Hausfrau und Mutter, entschied ich während meiner Studienzeit. Und was kam dabei heraus? Zuerst wollte ich lange gar keine Kinder. Das Studium und der Beruf waren wichtiger. In dieser Zeit war ich in Widerstand zu meiner Mutter. Mit 32 Jahren lernte ich dann einen Mann kennen, der, wie ich inzwischen auch, den Wunsch hatte, eine Familie mit Kindern zu gründen. Wir heirateten, bekamen zwei Söhne und waren für einige Jahre eine glückliche Familie. Ein paar Jahre später begann ich wieder, Gesangsstunden zu geben und war auch beruflich ausgefüllt. Bald zeigten sich aber Probleme in der Beziehung, für die es keine Lösung zu geben schien. So trennte ich mich von meinem Mann, zog allein mit meinen Söhnen, damals drei und fünf Jahre alt, nach Kassel, in eine für mich ganz neue Stadt, wo ich eine Anstellung als Sängerin am Theater bekommen hatte. Und nun? Ich war nicht nur Hausfrau und Mutter. Nein, ich war alles. Hausfrau, Mutter, Arbeitnehmerin und Versorgerin der Familie. Und weiter lernen wollte ich auch noch. In meinem Fall hat Widerstand und Übereinstimmung ein gegensätzliches, doppeltes Powerprogramm gestartet. Und das ist nur ein Beispiel aus meinem Leben. Ganz pragmatisch begann ich ab 2015, Glaubenssätze zu hinterfragen, diese an die Absender zurückzuschicken, Strukturen aus früheren Leben aufzulösen und vieles mehr. Allmählich, nein, sogar recht schnell, veränderte ich mich auf eine Art und Weise, die ich noch gar nicht beschreiben konnte. Einerseits kam mir Leichtigkeit in mein Leben, andererseits auch eine klare Präsenz meiner selbst. Und das Interessante dabei, es ist nicht mehr wichtig, wie ich denn nun sein soll oder wie ich mich selbst definiere. Die Form und Struktur alter Muster löst sich und ich werde freier, das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. Ich beginne immer selbstverständlicher für mich zu wählen und folge dabei der Leichtigkeit und Freude. Dies ist ein Prozess, der mich auch noch immer herausfordert. Denn als gut erzogenes, angepasstes, deutsches Mädchen macht man nicht unbedingt die Sachen, die einen aus der Masse herausragen lassen. Sehr erstaunt war ich vor kurzem auch über die Wahrnehmung, dass der Berufswunsch, Sängerin zu werden oder, besser gesagt, der Wunsch, zum Theater zu gehen, nicht wirklich meiner war. Denn dies war der unerfüllte Wunsch meines Vaters gewesen, den ich unbewusst als meinen eigenen übernommen hatte. Puh, und was wäre mein Wunsch gewesen? Singen und musizieren gehört schon zu mir und meinem Leben. Es macht mir noch immer viel Spaß. Wenn ich inzwischen jedoch genauer frage und hinschaue, sehe ich mich eher als Wissensvermittlerin und als Autorin. So erfüllt mich mein zweiter Beruf als Coach, Heilerin und Autorin mit noch tieferer Dankbarkeit und Freude. Und nun? Wohin wir die Reise weitergehen? Habe ich den Mut dazu, genau die Schritte zu gehen, wirklich frei zu sein? Wie viel Angst ist da noch in mir vor der Wahrheit, ich selbst zu sein? Ich bin ein bisschen abgelenkt. Meine kleine Katze möchte hier die ganze Zeit vor das Mikrofon. Und ich lenke. Und sie lenkt mich ein bisschen ab. Ja, inzwischen stelle ich mir Fragen wie, was ist hier noch alles möglich? Ich zerstöre und umkreiere die Ängste und inzwischen stelle ich fest, dass sich hinter der Angst oft auch die Aufregung vor dem Neuen versteckt. Naja, und wenn die Befreiung meines Selbstseins weiter so schnell vorangeht, würde es mich nicht wundern, mit 60 Jahren als Buchautorin auf der Bühne Lesungen aus den eigenen Neuerscheinungen zu geben. Dabei könnte ich alles verbinden. Meine Freude am Vorlesen, die Freude, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und ihnen unterschiedliche Stimmen zu geben, das Stimmtraining, was mir hilft, Entschuldigung, laut und deutlich zu reden, ohne heißer zu werden, meine Bühnenerfahrung, der Umgang mit Lampenfieber, das entspannte Zulassen, authentisch zu sein und so die Zuhörer zu berühren. Manchmal sehe ich mich im Wohnmobil durch die Welt reisen, um den Einladungen zu folgen. Wer weiß, wohin meine Reise geht, wenn ich alle Konventionen und Ängste hinter mir lasse. Nun folgt ein Songtext. Ich habe 2015 in der Zeit war ich mit einem Mann befreundet, der mir damals Texte geliefert hat. Ich habe inzwischen viele Texte selbst umgeändert, habe damals auch die Songs komponiert. Ja, und jetzt lese ich einfach einen dieser Texte vor. Der heißt Träume. Mit Nil auf dem Mond spazieren oder durch New York flanieren, mit Kiss auf der Bühne stehen oder mit Madonna shoppen gehen, in Florida zum Wellenreiten oder mit Jackie einen Kampf bestreiten, im Ferrari durch die Straßen heizen oder den Chef zum Wahnsinn reizen. Wovon träumst du? Was ist dein Ziel? Was wählst du? Es ist ein Spiel. Pack sie aus, deine Träume. Sie gehören zu dir. Wähle dir deine Räume und öffne dir die Tür. Ein Häuschen am Wasserfall und die Schafe hier im Stall mit Rucksack auf die große Tour oder eine lange Wellnesskur oder eine lange Wellnesskur hinaus, um die Welt zu retten oder nur auf Pferde wetten, als Pfarrer auch mal predigen und warnen vor dem Ewigen. Wovon träumst du? Wovon träumst du? Was ist dein Ziel? Was wählst du? Es ist ein Spiel. Pack sie aus, deine Träume. Sie gehören zu dir. Wähle dir deine Räume und öffne dir die Tür. Mit Gary einen Kurs abhalten oder seinen Start verwalten, per Schiff nach Australien fahren oder sich zu den Bowmans scharen, im Düsenjet nach Houston fliegen oder Löffel hier verbiegen, einmal den Mako Pico sehen oder mit deinem Joggen gehen. Wovon träumst du? Was ist dein Ziel? Was wählst du? Es ist ein Spiel. Pack sie aus, deine Träume. Sie gehören zu dir. Wähle dir deine Räume und öffne dir die Tür. Drum wähle ein Leben und lass die Ängste gehen. Es ist so wie schweben und auf festem Boden stehen. Realität ist Schein wie ein brüchiger Steg. Vertraue deinem Sein. Es zeigt dir den Weg. Wovon träumst du? Was ist dein Ziel? Was wählst du? Es ist ein Spiel. Pack sie aus, deine Träume. Sie gehören zu dir. Wähle dir deine Räume und öffne dir die Tür. Das nächste Kapitel. Muss das sein? Angst vor Größe. Und wieder eine Anekdote aus meinem Leben. Beim Schreiben stelle ich gerade fest, dass ich zu jedem Thema dieses Buches eine eigene Story erzählen kann. Das bedeutet, ich habe dieses Buch mein ganzes bisheriges Leben entworfen. Wie cool ist das denn? Das Interessante dabei ist, dass ich mir meist das Gegenteil dessen kreiert habe, was ich jetzt wähle. Inzwischen wähle ich viel bewusster und vertraue dabei auf mich und mein Wissen. Somit fühle ich mich wirklich wohl und habe Spaß und Leichtigkeit in meinem Leben. Das kleine Mädchen, das ich früher war, wurde von seinen Eltern liebevoll Puppal genannt. Es gibt ein Foto, da sitze ich in einem hübschen Kleidchen neben einer lebensgroßen, das heißt mir damals gleich großen, Puppe. Auf diesem Foto sehe ich allerdings sehr unglücklich aus, denn diese Puppe habe ich nie gemocht. Überhaupt habe ich als Mädchen nicht so gerne mit Puppen gespielt, viel lieber mit Autos und Lego. Jedenfalls wählte ich, um die Liebe meiner Eltern, besonders meines Vaters, zu behalten, das kleine Puppal zu sein und zu bleiben. Wie du dir vorstellen kannst, gab das irgendwann einige Probleme, vor allem als ich in die Pubertät kam. So kreierte ich die Körperhaltung, die ich schon beschrieben habe, und fühlte mich gar nicht mehr wohl in mir. Auch hatte ich so eine Wut in mir. Wieso sollte ich groß werden? Tatsächlich veränderte sich auch das Verhalten meines Vaters mir gegenüber. Von ihm bekam ich nicht mehr die liebevollen Schmuse und Knuddeleinheiten, die ich als Kind bekommen hatte. Ich wäre ja nun zu alt dafür. Mein Körper veränderte sich weiter und die Geschichte meines Doppellebens hast du schon erfahren. Von wegen schöne Jugend. Meine war ziemlich stressig. Diese Angst, erwachsen zu werden, verhinderte natürlich auch die Entwicklung einer auf natürliche Art selbstbewussten Persönlichkeit. Kein Wunder, dass ich immer wieder schwierige Lebenssituationen kreieren konnte. Ich hatte meinen Vater auf einen Thron gesetzt und darüber konnte und durfte ich mich ja nicht erheben. Das galt dann auch für die Jungs und Männer, mit denen ich eine Beziehung einging. Erinnere dich bitte an die Geschichte mit dem ach so tollen Mann im vorletzten Kapitel. Jeder war größer oder besser als ich. So ein tolles Programm. Nun durfte ich auch noch Opfer spielen. Ich war ja nicht gut genug, zu klein und schwach, das Puppe eben. Und nun, wie kommst du hier heraus und in eine andere Realität hinein? Zu den Werkzeugen, die ich schon genannt habe, gibt es noch andere, darunter einen vielleicht etwas seltsam erscheinender Satz, den ich dir nicht vorenthalten mag. Er hilft, frei zu werden und Dinge zu klären, denn er durchbricht Gedankenstrukturen. Er heißt, alles ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein und nichts ist das Gegenteil von dem, was es erscheint zu sein. Spiel damit und sprich oder denke ihn mehrmals hintereinander. Er hilft auch, wenn dich dein Gedankenkarussell am Einschlafen hindert. Auch stelle immer wieder die Frage, gehört es überhaupt mir oder gehört es jemand anderem? Wenn ja, schicke es zurück an den Absender. Und noch etwas, Angst, Zweifel und alle anderen Emotionen gehören zu den sogenannten Ablenkungsimplantaten. Sie sind einst implantiert worden und somit nur Konstrukte und Lügen. Angst ist eine Lüge. Bist du in der Angst, entfernst du dich von der Möglichkeit, dich entscheiden zu können beziehungsweise eine andere Wahl treffen zu können. Angst wird benutzt, dich klein zu halten und zu stoppen. Und wenn Angst zur Panik wird, das ist jetzt mein Zusatz, dann bist du wirklich kopflos, dann kannst du gar nicht mehr klar denken oder handeln. Ist das wirklich deine Realität? Entspricht dies deinem Wesen? Jetzt folgen ein paar Fragen. Welchen Wert hat es, mit der Lüge der Angst zu leben, statt der Wahlmöglichkeit, die du hast? Möchtest du all dies zerstören und unkreieren? Wo überall machst du dich klein, um nicht größer als andere zu sein? Möchtest du all dies zerstören und unkreieren? wo überall hältst du deine Stimme klein, um nicht lauter als andere zu sein und über sie hinaus zu tönen und zu kreieren? Möchtest du all dies zerstören und unkreieren? Wie viele Bewertungen, Schlussfolgerungen und Definitionen hast du dir gegenüber, was dich angepasst bleiben lässt? Möchtest du all dies zerstören und unkreieren? Was kannst du über dich und deine Realität hinaus kreieren, wenn du deine Größe und dein ganzes Sein zulässt? Möchtest du alles, was dies verbietet und verhindert, zerstören und unkreieren? Und nun sage ich zum Abschluss für alle Fragen noch einmal diesen Löschungssatz Riding wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Du merkst vielleicht schon jetzt, dass diese Fragen auch in andere Richtungen gestellt werden können. Formuliere ruhig deine eigenen Fragen zu deinem speziellen Angstthema und nutze diesen Löschungssatz wie oben. Und jetzt folgt nochmal ein Songtext von einem meiner Songs, der da heißt Muss das sein? Angst ist mächtiger als die Liebe zu uns selbst. Die Form wird wichtiger. Wir verleugnen uns selbst. Zweifel ist geweckt Wir drehen uns im Kreis Gedanken sind geheckt und wir zahlen den Preis. Muss das wirklich so sein? Sind wir denn so klein? Warum nehmen wir das in Kauf? Wann wachen wir endlich auf? Wähle dein Leben und nur dein Glück schick alles andere zum Ursprung zurück? Frei sein ist verboten ist dir das klar? Wichtig sind die Quoten was ist wirklich noch wahr? Wir sind zu verschieden Ordnung ist der Preis Chaos wird vermieden wir erstarren zu Eis Muss das wirklich so sein? Sind wir denn so klein? Warum nehmen wir das in Kauf? Wann wachen wir endlich auf? Wähle dein Leben und nur dein Glück schick alles andere zum Ursprung zurück. Du im Puppenspiel bist du wirklich frei das ist viel zu viel in dir bebt ein Schrei du bist immer mehr auf das Schwere geeicht höre auf den Körper die Wahrheit ist leicht das Ziel der Mächtigen ist unser Selbstbetrug das Bild der Medien ist wie ein dunkler Sog das Wort des Anderen ist auf Stärke als deins frag dich immer wieder ist das wirklich meins? Muss das wirklich so sein? Sind wir denn so klein? Warum nehmen wir das in Kauf? Wann wachen wir endlich auf? Wähle dein Leben und nur dein Glück schick alles andere zum Ursprung zurück. Jetzt folgt noch ein Text ich bin gerade etwas irritiert den habe ich geschrieben 2000 auch 2014 15 der heißt Flug des Phönix ich brenne im Feuer der Emotionen es ist heiß es schmerzt es geht an die Substanz es ist notwendig um die Not zu wenden die Not die entsteht wenn man weg geht von seinem wahren Selbst von seiner Lebendigkeit von seiner Lebenslust nur Angst bringt uns zum Tod die Liebe ist unsterblich sie ist unendlich und absolut frei ich lasse mich verbrennen um aufzusteigen wie der Phönix aus der Asche ich muss mein Ego dem Feuer übergeben dem Feuer der Liebe nur so kann es sich wandeln und in Liebe verbinden mit dem Selbst nur das ist der Weg denn nähre ich das Ego mit seinen Emotionen frisst es wie die Schlange das Opfer das Ich nur wenn wir das Ego mit all seinen Ängsten in Liebe umarmen kann es sich wandeln und wird frei so steige ich denn wie der Phönix aus der Asche werde zum Adler und bin frei ich fliege und bin ich liebe und bin ich hasse und bin ich versöhne und bin ich bin unendliches sein das nächste Kapitel heißt Raum der Freiheit raus aus dem Gefängnis den Text Flug des Phönix hatte ich vor etwa 14 Jahren geschrieben während der Trennungsphase von meinem damaligen Verlobten den Begriff des Ego möchte ich ein wenig korrigieren und es nicht so negativ dastehen lassen wir sind ein Ego mit ganz individuellen Eigenschaften und Wünschen dennoch dieser Text repräsentiert noch immer meinen Wunsch aus dem Gefängnis der Emotionen heraus zu kommen und frei zu sein was sich inzwischen geändert hat ich lebe immer selbstverständlicher meinen Raum der Freiheit indem ich jeden Tag neu wähle was meiner eigenen Wahrheit meinem eigenen Sein entspricht es macht mir unendlich viel Freude jedem der meine Begleitung wünscht ein Beitrag zu sein selbst der Freiheit näher zu kommen zu lernen auf seine innere Stimme zu hören und sie im Außen ausdrücken zu können und weißt du was auch zum Thema Freiheit gehört Stopp zu sagen Nein zu sagen und das auch mit der Vehemenz einer Killing Energy einer tötenden Energie was bedeutet das genau und wie wendest du dies an Erkenne dass du jeden Moment neu wählen kannst in deinem Leben du darfst alles wählen auch das was du als schlecht bewertest du darfst sogar wählen jemanden töten zu wollen das bedeutet nicht dass du töten musst denn im nächsten Moment kannst du auch wieder neu wählen wenn du nun die wirklich sehr starke Killing Energy nutzen möchtest kannst du folgendes tun vielleicht nervt dich jemand bis zu Weißglut und hört nicht auf damit oder will dir Gewalt antun in diesem Fall sagst du möglichst ohne Zeugen zu ihm wenn du damit nicht aufhörst dann töte ich dich damit du ernst genommen wirst musst du in diesem Moment wirklich gewillt sein zu töten bedenke es handelt sich um einen kurzen Moment die Situation wird sich meistens sofort verändern in eine Art Entspannung sodass du sofort wieder neu wählen kannst nicht zu töten damit damit bist du bereit den Raum für etwas Neues zu schaffen und vorzubereiten wenn du dich heilen möchtest oder als Heiler tätig sein willst gehört die Killing Energy dazu Zerstörung und Neuaufbau bedingen sich gegenseitig lass darum bitte alle Bewertungen auch hierüber los Das Nein anderen gegenüber bedeutet auch das Ja dir gegenüber Wie oft hast du anderen zuliebe Ja gesagt obwohl es sich für dich selbst nicht gut angefühlt hat Warst du schon einmal zu einer Party eingeladen und hattest keine Lust hinzugehen hast aber dem Gastgeber zuliebe Ja gesagt Hat das für dich mehr Positives kreiert oder nicht Oder wie oft hättest du gerne Grenzen gezogen bei Aufträgen die von oben auf dich zugetragen worden sind oder deine Kinder zur Ruhe gebracht Der Phönix symbolisiert somit auch diesen Prozess der Erneuerung Der alte Phönix verbrennt sich selbst um sich neu zu gebären Das gleiche mache ich nun mit der Killing Energy oder dem Löschungssatz Alte Muster werden auf allen Ebenen des Seins verbrannt beziehungsweise zerstört und unkreiert sodass sich das neue Ich bilden kann Das Element der Zerstörung findest du auch in der hinduistischen Religion und auch anderen Religionen Gott Shiva bringt Tod und Zerstörung damit Neues ins Leben kommen kann Und was hat das alles mit dem Thema Befreiung aus dem Gefängnis zu tun und was mit der Stimme Folge bitte meinen weiteren Gedanken Wenn du feststeckst in deiner Lebenssituation bist du manchmal so festgefahren dass du keinen Ausweg sehen kannst Sehr häufig zeigt sich dies auch in deiner Stimme Meist klingt sie unfrei vielleicht eng und gepresst einerseits oder auch leise luftig und zurückhaltend andererseits Kann dich da jemand ernst nehmen oder gar ein Nein von dir akzeptieren Dazu kommen auch noch all deine Bewertungen Was mögen die anderen von mir denken Warum schaffe ich es nicht diese Situation zu verändern Dann kommt da noch jemand die dir sagt es sei nur eine Wahl In dem Moment wünschst du dir diese Person einfach nur weg zu kicken Ja aber es ist so alles in deinem Leben hast du selbst gewählt Akzeptiere es übernimm für deine Wahlen die Verantwortung und wähle neu Wahl kommt vor der Veränderung Und wenn du gewählt hast stelle Fragen offene Fragen stelle keine Warum Fragen diese bringen keine Lösung im Gegenteil du findest immer neue Gründe warum du in einer Situation steckst Ein Problem das der Verstand verursacht hat kann der Verstand nicht lösen denn du denkst immer wieder in der gleichen Richtung Vor Jahren hörte ich mal den Satz der Autor fällt mir nicht mehr ein unser Kopf unser Gehirn ist rund damit unser Denken die Richtung wechseln kann Ein geniales Mittel für die Richtungsänderung sind die offenen Fragen Wenn du beginnst Fragen zu stellen ohne auf eine Antwort zu warten öffnet sich deine Wahrnehmung und ganz neue Wege zeigen sich an die du vorher noch gar nicht gedacht hast Du kommst heraus aus deinem logisch denkenden Verstand und öffnest dich unlogischen irrationalen komplett neuen Möglichkeiten Solche Solche Fragen können sein Welche Möglichkeiten gibt es hier Wie kann es besser werden Kann ich hier etwas verändern Wenn ja Was kann ich verändern Was würde helfen dies zu verändern Wer oder was kann mir ein Beitrag sein Was kann ich hier anerkennen was bis jetzt nicht möglich war Nutze diese Fragen und höre danach auf zu denken Lasse deine inneren Gedanken Monolog schweigen So öffnest du dich für die Energie der Antwort Sie kommt bei dir an vielleicht nicht sofort vielleicht in einem Tag einer Woche oder später egal wann sie kommt und dann weißt du was zu tun ist du kannst auch ein Buch aufschlagen irgendwo und findest eine Antwort noch ein Tipp ja und nutze bitte auch die Killing Energy Du schaust dir all deine Gedanken Meinungen und Glaubenssätze an Nun wählst du alles was dir nicht gehört an die Absender zurück zu schicken und alles andere was dir nicht mehr dienlich ist wählst du zu zerstören und unzukreieren und übrigens gab es bei mir tatsächlich eine Situation in der ich meinem Gegenüber die Killing Energy angewandt und gesagt hatte wenn du jetzt damit nicht aufhörst dann töte ich dich in dem Moment war ich diese Energie und ich sprach sehr eindringlich und leise stell dir vor sofort ich war selbst erstaunt über diese Wirkung änderte sich die Situation und das weitere Gespräch verlief wesentlich entspannter direkt danach wählte ich dann gleich neu nicht töten zu wollen denn die Folgen einer solchen Tat wollte ich nun doch nicht auf mich nehmen auch verjagte ich damit schon Fliegen und Wespen die sich an meinem Suppenteller gütlich machen wollten zu dem oben genannten Satz fügte ich noch zu und wenn ich euch in die Suppe klatschen muss dabei stellte ich dies mir auch sehr bildlich vor innerhalb einer Minute waren sie alle verschwunden und kehrten nicht mehr zurück nun denkst du vielleicht das kann man doch nicht einfach tun vor allem wenn man gut erzogen ist und auch dazu noch spirituell leben und da sind sie schon wieder die vielen Bewertungen was wäre wenn du keine Bewertungen mehr hättest wäre dein Leben dann leichter hättest du weniger Stress im Umgang mit dir und anderen Menschen wie viel leichter und freier wäre deine Stimme und Ausdrucksweise als ich das Sein der Killing Energy übte hatte ich sehr viele Bewertungen dazu ja stell dir vor es brauchte einen ganzen Abend Training bis ich diesen Satz wenn du damit nicht aufhörst dann töte ich dich mit Überzeugung in meinem Sein aussprechen konnte ich ließ es eher zu dass mein Gegenüber mir Gewalt antat als mich zu wehren ich hatte immer wieder Verständnis für das Ausrasten zwei meiner Lebensgefährden Krankheit Verzweiflung dazu Alkohol Jähzorn führten zu schlimmen Situationen Leider lief mir in mir damals auch noch mein mir unbewusstes Programm der Selbstzerstörung welches diese Männer auch nur bedienten dazu mehr in einem späteren Kapitel Was für eine Befreiung war es außerdem zu erkennen dass es kein richtig oder falsch kein gut oder schlecht gab alles ist nur eine Wahl allein unsere Konditionierungen unsere Erziehung und Glaubenssätze lassen uns bewerten Stell dir vor du erlernst eine Kampfkunst Ich selbst habe etwa zwei ne drei Jahre lang Wing Zung eine Form des Kung Fu trainiert Bei einem solchen Training lernst du auch Schläge und Tritte die schwerste Verletzungen und auch den Tod herbeiführen können Je länger du trainierst desto mehr Sicherheit bekommst du Du weißt du kannst dich wehren und das gibt dir immer mehr Gelassenheit Ein Meister vermeidet den Kampf wenn es möglich ist Er hat ein sanftes freundliches Wesen Er lässt den Gegner ins Leere laufen aber wenn es nötig wird macht er kurzen Prozess Stopp Killing Energy Seit ich achtsamer mir bin bin ich auch ruhiger und selbstsicherer geworden und viel lebendiger freudvoller und liebevoller Bei den folgenden Fragen nutze gern wieder den Löschungssatz Wo vermeidest du klare Grenzen zu ziehen und Stopp zu sagen aus Angst jemanden zu verletzen Möchtest du all dies zerstören und unkreieren Ryan Wrong Good and Bad Pot and Pock All Nine Shorts Boys and Beyond Wo machst du dich lieber klein und artig anstatt die Großartigkeit zu wählen die du wahrhaftig bist Möchtest du all dies zerstören und unkreieren Es gibt ein Zitat von der Saskia Schulte bei der ich den Autorenkurs auch besucht habe Sie hat mal gesagt Sei groß nicht artig Ja Wo überall verstummst du statt laut und deutlich zu sprechen Möchtest du all dies zerstören und unkreieren Wo überall versteckst du dich lieber in deiner komfortablen Box als deine Großartigkeit zuzulassen Möchtest du all dies zerstören und unkreieren Wo überall beginnst du zu schreien weil du dich angegriffen fühlst und meinst dich nicht wehren zu können Möchtest du all dies zerstören und unkreieren wo überall vermeidest du dein Selbstbewusstsein und deine Wehrhaftigkeit aus Angst neu verletzt zu werden formuliere auch hier deine eigenen Fragen wie sie zu deiner eigenen Lebensgeschichte und aktuellen Lebenssituation passen und als Abschluss dieses Kapitels möchte ich dich darauf hinweisen mir nicht alles nur zu glauben was ich hier schreibe oder sage hinterfrage und überprüfe es selbst und damit ist der zweite Teil meiner Buchvorlesung beendet und ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit ja tschüss